Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Buchvorstellung. Heute möchte ich euch das Buch Der Strohwellpeter von Heinrich Hoffmann vorstellen. Das Buch hat seit seiner Veröffentlichung eine unverwüstliche Faszination und wurde von Generationen geliebt. Mit seinen drastischen Versen und satirischen Übertreibungen ist es zu einem Jahrhundert Bestseller geworden. Der Strohwellpeter löst bei vielen Lesern höchstes Entzücken aus, während es bei anderen ein lustvolles Gruseln hervorruft und bei manchen kritische Fragen aufwirft. Zum 200. Geburtstag des Autors präsentiert sich das Buch in einer Holzschnittfassung von Fritz Kredel, die der ursprünglichen Gestalt treu bleibt. Der Autor Heinrich Hoffmann war ein wunderbarer, kluger Arzt, der vorhandene Ängste mit Humor und Kunstfertigkeit nutzte. Elke Heidenreich, eine renommierte Autorin und Moderatorin, hat dem Jubilar eine ganz persönliche Liebeserklärung gemacht. Sie betrachtet in ihrem Buch die unendlich vielen Parodien und Adaptionen des Strohwellpeters und geht dem Geheimnis seiner ungebrochenen Wirkung auf den Grund. Bitte geben Sie mir ein Like, einen Kommentar und abonnieren Sie meinen Kanal, um über zukünftige Buchvorstellungen auf dem Laufenden zu bleiben. Ich freue mich darauf, Sie in dieser Community begrüßen zu dürfen und Ihre Meinungen und Gedanken zu den Videos zu lesen. Vielen Dank!